Wir wollen diesen Beitrag, die Daru von Ibrahim mit seinem Volk, besprechen aus Sura 21. Vers 52 bzw. 53 bis Vers 69 bzw. 70. Okay, ich gehe kurz darauf ein, ich lese vor und wir schauen mal. Es gibt leider einige Leute, die behaupten, die Daru sollte nicht direkt sein, die Daru sollte nicht offensiv sein, man sollte niemanden kritisieren, es gibt sogar einige Wahnsinnige, die behaupten, man sollte gar keinen Aufruf, man sollte jeden so lassen, wie er ist und die Leute in Ruhe lassen. Und wenn die Daru bekämpft wird, dann sei die Daru falsch gewesen, die soll nicht so provokant sein. Schauen wir mal, wie die Daru von Ibrahim war, denn Ibrahim ist einer der größten Gesandten Allahs. Und er wurde uns zu einem Vorbild gesandt. Er ist der Prophet, der neben dem Propheten als Uswa, als Vorbild im Koran beschrieben wird. Schauen wir uns das mal an. Allah sagt im Koran. Vers 53 bzw. 52 Als er, also Ibrahim, zu seinem Vater und dessen Volk sagte, was sind das für Bildnisse, welche ihr so eifrig verehrt? Da antworteten sie, wir sahen, dass auch unsere Väter sie verehrten. Wie gesagt, das ist die Übersetzung von Goldmann. Wir sahen auch, dass unsere Väter sie verehrten. Er aber sagte, wahrlich, ihr und eure Väter wart in offenbarem Irrtum verfallen. Das heißt, Ibrahim sagt ihnen hier ganz klar, direkt, offensiv und deutlich, ihr und eure Väter, wenn ihr diese Götter anbetet, seid ihr nicht im Irrtum, ihr seid im klaren und deutlichen Irrtum. Das heißt, es ist direkt, es ist kritisierend, das ist offensiv. Weiter. Sie erwidert, sprichst du die Weihruz, dann scherzt du nur. Die konnten es gar nicht glauben, was er denen erzählt. Dann weiter. Er antwortet, jetzt gibt er denen die Antwort, diese Götter sind falsch, und jetzt schaut mal, was richtig ist. Er antwortete, Wahrlich, euer Herr, Rabb, Schöpfer, Lenker, Herrscher, Besitzer, der, der das Recht hat, das in Gehorche, euer Herr ist der Herr, der Himmel und der Erde, ist es, der sie geschaffen hat, und ich gehöre zu denen, welche euch Zeugnis hiervon geben. Das heißt, diese Götter sind falsch, la ilaha, es gibt keinen Anbietungswürdigen, illallah, wer? Der Schöpfer, der Lenker, der Herrscher vom Himmel und der Erde. Dann sagt er weiter, bei Allah, ich werde gegen eure Götzen eine List ersinnen, und Klammern steht hier, gegen eure Götzen vorgehen, sobald ihr sie verlassen in den Rücken zugekehrt haben werdet. Ich werde etwas gegen die tun. Darauf schlug er die Götzen in Stücke, mit Ausnahme des Größten, damit sie die Schuld auf diesen schieben und diesen fragen sollten. Sie fragten, wer hat das unseren Göttern angetan? Gewiss, nur ein gottloser Mensch. Einige von ihnen antworteten, wir hörten einen jungen Mann, verächtlich, einen Jüngling, verächtlich von ihnen sprechen, man nennt ihn Abraham, beziehungsweise Ibrahim, a.s. Darauf sagte man, bringt ihn vor das Volk, damit man gegen ihn zeugt. Also die haben jetzt Ibrahim, a.s. gebracht. Und man fragt ihn, hast du, O Ibrahim, unseren Göttern dies angetan? Er erwiegerte, und das ist jetzt seine Antwort, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Er erwiegerte, ich nicht, sondern der Höchste, steht der Größte, aber eigentlich steht dort Kabiru, also der Große von ihnen. Nee, der Große von ihnen hat es denen angetan. Ja, fragt sie doch selbst, wenn sie sprechen können. Das heißt, fragt die kaputten Göttern doch, wenn sie sprechen können. So, das heißt, er hat das extra gemacht, um sie zum Nachdenken zu bringen. Ja, sozusagen in einer Debatte kann man so einen Stil anwenden. Ja, so, dann geht's weiter. Und nun, wenn sie sich selbst und kamen zur Besinnung, und sie besprachen untereinander, ihr seid gottlose Menschen. Das heißt, ihnen wurde dann klar, durch dieses Beispiel von Ibrahim, dass das, was sie machen, eigentlich totaler Quatsch ist. Ja, dann geht's weiter. Ja, und das ist übrigens auch der Stil, den man anwendet in manchen Debatten. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, da wurde ich dann auch kritisiert, ja, weil ich zu dem Jungen damals gesagt habe, ja, deine Götter haben dir gerade geholfen, das habe ich gesehen. Warum habe ich das gesagt? Weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe es dort mit einem evangelikralen Christen zu tun, die glauben, dass wenn sie in solche Situationen kommen, dass Gott ihnen hilft, Wunder zu tun, und sie dann andere Leute besiegen können in der Debatte. Und er ist gerade, hat sich sowas von versprochen, ist Jesus Gott, frage ich ihn, er sagt ja. Ja, weiß Gott alles, er sagt nein. Er sagt also Jesus, er sagt ja. Dann sage ich, also weiß Jesus alles. Und dann frage ich ihn, nach Markus 12, Vers 31, oder 13, Vers 31, und er sagt, und da sagt Jesus, dass er nicht alles weiß, dass er nicht weiß, wann er irgendein Tag ist. Und er sagt, dann sage ich zu ihm, wusste es Jesus hier, da hat er gelogen, dann sagt er, er wusste es nicht. Ah, okay, gut, alles klar. Das heißt, er ist gerade auf die Nase gefallen. Und dann fängt er an, und jetzt will er nur ins Mikrofon posaunen, ja, Jesus ist euer Herr, ihr müsst ihn annehmen. Und dann fängt er wieder an, das rumzubrollen wie vorher. Und dann sage ich, ich sehe, dein Gott hat dir gerade geholfen, um ihn zum Nachdenken zu bringen. Weil diese Leute glauben, wegen dem letzten Kapitel von Markus, dass sie in gewissen Situationen solche Wunder wirken können. Nur mal so nebenbei, weil manche Leute leider nicht verstehen, wovon wir reden. Aber okay, weiter im Text. Das heißt, es geht in solchen Situationen, ist es nicht immer, dass man mit den Menschen, man muss denen manchmal auch die Augen öffnen, denen klare Ansagen machen. Aber natürlich in der heutigen Zeit, in der Zeit der Kaffee- und Kuchendauer, beziehungsweise die Dauer, die sich auf Kaffee und Kuchen beschränkt, mit Kaffee und Kuchen beschränkt, ist natürlich klar, dass das nicht zur Geltung kommt. So, bald darauf, aber verfielen sie wieder in ihren Aberglauben. Wörtlich, sie neigten sich nach ihren Köpfen. Henning wurde auf ihre Köpfe gekehrt, und sagten zu ihm, du weißt ja wohl, dass diese nicht sprechen wollen. Er antwortet nur, wollt ihr denn, statt Allah Wesen anbeten, welche euch weder nützen noch schaden können? Das heißt, er kritisiert die Götze jetzt nochmal. Ihr habt gerade gesagt, guck mal, das ist dieselbe Situation hier. Ihr habt gerade gesagt, die können nicht sprechen. Hallo? Wollt ihr jemanden anbeten, der euch gar nicht nützen kann? Wenn er nicht sprechen kann, wie will er euch nützen? Wir können ja nun nicht mal sprechen. So. Wie wollt ihr denn, statt Allah Wesen anbeten, welche euch weder nützen noch schaden können? Fui über euch, und über die, welche ihr statt Allah anbetet. Guck mal, was er hier sagt. Er sagt, Fui über euch. Uffillakum. Fui über euch, und das, was ihr neben Allah anbetet. Er sagt, Fui über euch, und nicht nur über euch, sondern auch über das, was ihr neben Allah anbetet. Wenn wir das heute sagen würden, denkt ihr denn gar nicht nach? Denkt ihr denn gar nicht nach? Wollt ihr keinen Verstand haben? Ihr betet Sachen an, die euch nicht helfen können. Christen beten jemanden an, der gekreuzigt wurde, laut ihrem Glaube, der geboren wurde, der Hunger hatte, der Durst hatte, der auf Klo gegangen ist. Wollt ihr nicht nachdenken? Wollt ihr nicht nachdenken? Und betet den an, der nicht geboren ist und niemals sterben wird. Der kein Anfang und kein Ende hat. Der die Welt erschaffen hat. Weiter. Ja. Denkt ihr denn gar nicht nach? Darauf sagen sie, verbrennt ihn und rächt eure Götter, wenn ihr eine gute Tat ausüben wollt. Was passiert danach? Sie wollen ihn bekämpfen. Das heißt, sie wollen ihn verbrennen. Was verstehen wir daraus? Die Dauer war kritisierend. Offensiv. Direkt auf den Punkt. Hat die Strafe erwähnt. Ja. Beziehungsweise, hier wurde die Strafe an dieser Stelle nicht erwähnt, aber an vielen anderen Stellen, wie zum Beispiel in Suche 19. haben wir auch schon darüber geredet. Einen Moment. Hier wurde die Strafe jetzt gerade nicht erwähnt, aber trotz alledem an vielen, 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 vielen anderen Stellen. Und er wurde bekämpft. Das heißt, das ist die Dauer der Propheten. Er wurde bekämpft. Und deswegen muss derjenige, der heute behauptet, dass die Dauer, die offensiv ist, die kritisierend ist, die direkt ist, die bekämpft wird, falsch ist, nicht weise ist, muss er sich fragen, ob die Propheten auch nicht weise gewesen sind. auch nicht weise auch nicht weise und den den die